Das Mädchen heißt Lisa. Sie schaut sich ihr Foto auf dem Laptop an. Lisa denkt darüber nach, ihr Bild zu bearbeiten. Zuerst entfernt sie ihre Warze aus dem Foto. Plötzlich verschwindet die Warze auch aus ihrem Gesicht. Als sie sich im Spiegel anschaut, scheint es so, als hätte sie nie eine Warze im Gesicht gehabt. Jetzt macht sich Lisa eine schmalere Taille und sieht, dass ihre Taille tatsächlich gut aussieht. Das bereitet ihr ein Lächeln auf dem Gesicht. Sobald sie das Foto am Laptop bearbeitet, werden die Änderungen sofort in ihrem Gesicht angepasst. Lisa schaut sich lange im Spiegel an. Dann bemerkt sie, dass ihre Augen anfangen, von einer weißen Farbe bedeckt zu werden. Sie versucht, ihren Laptop zu kontrollieren. Aber sie stellt fest, dass ihr Laptop nicht mehr unter ihrer Kontrolle steht. Auf einmal verschwinden ihre Augen und ihr Mund. Es sieht so aus, als ob sie nie einen Mund gehabt hätte. Sie schließt ihren Laptop und sieht sich ihr Gesicht im Spiegel an. Dann kommt ihr ganzer Körper wieder zurück, wie zuvor. dann kommt ihr weiter zurück. Dann gehen wir hier zurück. Vielen Dank.